Diese Woche habe ich etwas gemacht, was ich noch nie in meinem Leben gemacht habe. Fünf Tage live, ohne Pause, draußen, ohne Geld, ohne Gegenstände, in der Großstadt Hamburg. Viel Spaß dabei. Ziel Nummer eins. Ich brauche eine Tasche, wo ich mein Zeug reintun kann. Oh ja! Das ist ja richtig nett. Danke dir. Scripted? Wer hat den bezahlt? Paid Actor? 3,66 Euro. Ravioli vegetarisch. 1,69 Euro. Oh, aber schön pikant. Lecker. Was ist das denn hier? Sauberes, klares, frisches Trinkwasser. Hier drinnen einfach schlafen? Na klar! Eine Decke? Nehme ich mit, oder? Ich habe einen Pullover gefunden. Den kann man als Decke benutzen. Gibt es hier giftige Dämpfe im Dixi-Klo? Dann gehen wir wieder raus. Dann gehen wir wieder raus, wenn es hier giftige Dämpfe gibt. Mann, aber mein Dixi-Klo! Sag ich ein bisschen? Ja! Weißt du, wo es zum Hafen geht? Ich glaube geradeaus. Ey, sorry, kurze Frage! Lass mich irgendwo raus. Ich sage 5, 4, 3, 2, 1, hier. Hier ist auf jeden Fall versteckt. Das ist geil hier. Ich sage es auch, Leute. Hier bleibe ich. Das anstrengendste ist, ist die ganze Zeit live sein. Die ganze Zeit, Leute, mach das. Das machst du falsch. Red mal mehr. Haben Sie sich überlegt, weil Sie noch 50 Cent? Dann den Kameraden kannst du oben machen. Lass das mal. Ne, ich filme Sie nicht. Machen Sie keine Sorgen. Ich filme mich. Aber mir fehlen noch 50 Cent. Geile Zinschläge, eine Pfandflasche und ein Kakao für Spiegel-Berger. Habt ihr so alte Backwaren, die jetzt eigentlich wegschmeißen will? Diese Laune. Ey, das ist total nett. Ein Bett? Legendary. Ziegt euch das rein. Passt auf, erst mal hier. Hier habe ich ein Tuch drüber gemacht. Ich bin Zeitungspapier eingekillt und so. Boom. Secret. Wow, what the fuck? Der Tag ist schon gewonnen. Mein Sesamring? Oh, das ist ein bisschen viel. Alter, geil. Das leckerste Essen bisher. Würde ich zu Hause auch essen. Es geht weiter, Leute. Es geht weiter. Hä, schaut mal. Kostenlose Klamotten. Riecht frisch gewaschen. Wenn man oft genug daran riecht, riecht es wie Spülmittel. Rein da. Wir haben fünf Pullover in der Tasche, Alter. Geht's mir gut oder was? Geht's mal kurz zur Frage, Leute? Der ist doch was wert, oder? 1,50 oder so. Yes! Juhu! Bäm! Wir haben den letzten 100 Meter 2 Euro gefunden. So, nächster Pullover. Ich habe jetzt vier Pullover an. Gute Nacht, Leute. Gute Nacht. Es ist 9 Uhr. Ich habe voll krass geschlafen. Beine ein bisschen kalt. Und dann habe ich einfach so Pullover drum gewickelt. Um die Füße. Und dann habe ich die Füße in diese Hose hier gesteckt. So ungefähr. Das wird jetzt... Das dauert noch ein bisschen. In der ersten Hälfte dieses Tages hatte ich richtig Power und war ultra am Start. Und jetzt seit so zwei Stunden oder so bin ich echt doll nicht kaputter. Das ist ja ein richtig freshes Ding. Das ist ein Bett. Seht ihr, wie ich mein? Hä, wie krass ist das? Das ist wirklich ein Bett. Ey, man muss auch sagen, hier gibt es viele Papierkartons, ne? Hier schlafen. Da unten drinnen. Wie kann ich eigentlich gehen, ne? Hier so. Ich muss mich jetzt in meinen Schlafplatz belegen. Ich muss ja alles ready machen und so. Wir sehen uns dann gleich wieder. Mein Schlafplatz. Ab jetzt bin ich Tony Berger. Power! Hier wäre aber auch ein krasser Spot zum Schlafen gewesen, oder? Hier so ein Gebüsch oder so. Aber jetzt zieht euch das mal rein. Das ist ja das Pfandparadies. Ich glaube, das war jetzt gerade ein richtig, richtig guter Stundenblatt. Aber wir haben 5,59 Euro gesammelt. Ich habe so viel Geld für Quatsch ausgegeben. Tüte hat 69 Cent. Neue Flaschen Wasser. Warum alte Flasche aufhören, wenn wir doch das Geld haben? 79 Cent. 30, 49 Cent. 59 Cent. Nimm mit, nimm mit. Kannst du dich auch leisten. Veganer Räucherlachs. 1,20 Euro. 65 Cent. 75 Cent. Mh. Naaain. Naaain. Warum muss die günstigste Zahnpasta so eine farbige sein? Bööö. Warte kurz, ich bin gleich fertig. Machst du live oder war? Ich bin gleich fertig. Alles gut, Bruder? Machst du nacht. Hallo, ja? Grüße, grüße. Ja, moin. Ja, hey, hallo. Schön, dich zu sehen. Ja, scheiß. Heute letzte Nacht, Highlight. Rooftop, Rooftop. Ich zeig einfach mal die View. Ja, klar, das ist gar kein Problem. Ey, ich hab in der Mülltonne geschlafen heute. Also, Ansprüche hab ich nicht. Das war so kalt heute Nacht. Ich dachte, Rooftop ist ultra geil. Oh. Sun-Kiss. Epic Moin. 25 Minuten noch. Komm rüber. Hey. Ist noch nicht so weit, ne? Hi. Boah, ich bin aufgeregt. Also, auch draußen schlafen. Die ganzen Gedanken, die sich ja auch Obdachlose machen müssen jeden Tag. Das ist da echt drüber. Hey, du bist willkommen, was geht ab? Die muss ich einmal drücken. Hallo, hallo, hallo. Hallo. Na. Ja. Ich rieche gar nichts. Okay, mach. Er will nicht. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Ja. Okay, ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, 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 tschüss. Happy New Year. Ich bin Ronny Berger, 25 Jahre alt, 1,65 groß und sowas von bereit für Alaska. Ich habe zwar nicht die krassesten Outdoor-Skills, aber ich glaube, ich habe das Durchhaltevermögen und bin immer bereit für unerhoffte und unerwartete Situationen, denn mein ganzer Kanal besteht eigentlich daraus. Was ich auf Twitch mache, ist aus meiner Komfortzone herauszutreten und nicht zu wissen, was als nächstes passiert, unterwegs zu sein in der Welt und auf die verrücktesten Menschen zu treffen. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein paar coole Kommentare da lasst, wenn euch das gefallen hat und vielleicht sehen wir uns bald wieder.